You can't take it back, no I've got so much left to say no Ja, es wird aber auch keiner zu kommen Da, guck mal Achtung, Achtung Was? Spricht die Polizei, dies ist eine allgemeine Verkehrsrunde Bitte fahren Sie rechts nach Egal, den nehmen wir einmal Hallo Hallo Mach du mal Ich brauche schon mehr Keine Ahnung, mach einfach Komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell, steig ein Delta meldet Überfall am Kupferhändler, benötigen einmal Unterstützung mehrere bewafferte Personen hier Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, dies ist eine allgemeine Verkehrsrunde Einmal schleben bleiben, Polizei Äh, die Einheiten die gerade überfallen werden, RP offen an ihrer Stelle, kommen Sie? Kommen Sie? Offen, zieh, wir listen Ja, Call ist raus, Call ist raus Call ist raus Du hast Rechte Du hast Rechte Du bist ein Gefecht auf ihn Hast beide? Ja Ja War da Was ist das, was das hier ist? Meine Leitstelle von Delta Com? Komm, wir fahren Ah Warte, nee, nee Leitstelle von Delta Com? Haben Sie die? Haben wir getroffen? Ja, ja, haben wir es Ja, Delta hat hier die Situation bereinigt, der Zivilist ist wieder in sicheren Händen, komm Das haben wir gut gemacht Julia, dann Zentrale, bitte komm Irgendwie sieht der Typ so aus wie den, den wir vorhin hatten Könnte sein, weil der ist nicht mehr verfallen Da, Hunter Hallo Wir verfolgen gerade ein SUV Mit benötigen Rentenunterstützung Zentrale für Echo, kommen Sie Ich bin Echo Ach Hier spricht die Polizei, die seine allgemeine Verkehrsgruppe Hä? Wie ist denn das hier? Oh doch ... Zentrale für Echo, kommen Sie Zentrale nach Echo verfolgt gerade ein Hunter auswahrt Kavanna Richtung Grenzpont Die war eigentlich nicht aufgerecht Gell sowas dafür, wenn Sie nicht gut auf das Druck kommen Bitte fahren Sie rechts ran Bleiben Sie im Fahrzeug sitzen Pfff Also sie werden die beiden Streifen vor Ort kommen Pst 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 Vertraue an Halt Ich verstanden sind gerade heute Pst Pst Gell sowas stopp Pst Tst 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 Feedback vor uns also nexer und so vor uns noch Euro und von Baden-Württemberg und noch nicht so und dann kommt noch nicht ein im A das sind drei Streifen und eines meine Kurs kommt gegen Oh, oder Bravo hat da einen einen Fall. Hm, na, was machen wir denn jetzt die ganze Zeit hier nachher fahren? Also wenn der Öl sind, steigen sie aus, der knallt uns nieder, ja. Ja, gegen Hunter kannst du nix machen, der. Warten wir denn jetzt noch mal, wenn wir in der Ghost Talk-Code zusammenkommen? Wie soll das schon helfen? Funk mal. Ja. Äh, Delta-Hert. Wissen Sie vielleicht mit Ihren Worten, dass Sie mal so vorsichtig vorderstrahl, wenn Sie kommen? Ja, was, so was standen? Ja, was standen, ne? Der fest ist in den Zahnrechten. Hast du ein Nagelband? Ja. Wissen Sie, Delta-Pappe, das ist nicht gut. Leitsteller von Delta, komm. Leitsteller, was? Haben wir noch einen Juliet, komm. Äh, ja benötigen Sie diese. Wäre gut für EMP, komm. Wieso schon? Oh, Essica. Ah, das ist der Schulte, die wir nicht. Die kriegen wir nicht. Okay. าua, ist der Schulte, die wir nicht. Es ist der Schulte, die wir nicht. Entschulde, die wir nicht. Was ist der Schulte, die wir nicht. wo ist denn der hunter von uns jetzt der ist offen ja strecken mal vorne kann ich ein nagelband gehen na macht der hunter wahrscheinlich dann oder wussten wir das hinter uns jetzt hier auf der hauptstraße nur aufpassen weil die werden sehr wahrscheinlich links 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 mein gott scheiße er wird gleich wieder rücksetzen na egal wer vdm ja der suv jetzt hinter uns macht mir ein bisschen sorge der lila ach so ja der hunter hat den mann jetzt und und lol der hat die singt kannst du reparieren ich hab gar nichts zu meinen das ist ein verband nein alles gut ok ist denn gerade für echo kommen Wo sind die? Wir sind gerade bei einem Müll, Alter. Lass mal am Markt hier ein Nagelband legen. Ja gut, da wird halt 242 Kilometer... Ja okay, machen wir Garage. Nee, links. Weiter links. Tauchershop. Fahr mal links rum. Wo sind die denn jetzt? Die sind gerade auf der Bergfeuerwehrzentrale. Das hier legen. Leg. Echo von Delta, komm. Echo, hast du hier kommen? Ja, wir haben kurz vor dem Marktplatz ein Nagelband gelegt, komm. Ja, der hat da wieder auf der Hauptstraße in Richtung Marktplatz. Ja, wenn er hier reinkommt, dir das Nagelband liegt. Komm, genau, gehen. Ja, das ist der E-Bild verstanden. Verdeckt, verdeckt. Verdeck dich mehr. Nee, die haben schon da hinten Nagelband. Die haben schon da hinten Nagelband. Nee, Julia hat ein Echo, sorry. Hunter stilllegen, komm. Hunter ist so weit mit Vorderreifen stillgelegt. Na gut, dann zieht die Julia wieder ab. Hunter, ich muss mal schauen. Was hast du ausgestiegen? Ja. Ich bin vor der Türkei genommen. Halt schon. Ich war immer im Mord. Ihr kriegt das hin? Ja, okay. Na klar, dann noch vor dem. Seien Sie Bescheid, wenn du durchkommst. Müllhalde wird geschossen. Ich hab die Türkei gemacht. Darf ich fahren? Bitte, 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 sie lädt. So. Es ist gelöst. Gelöst. Mann. Waffen. Egal. Trotzdem gut. Ich hab vorfahrt, die Idioten. Ich hab vorfahrt, die Idioten. Da steht Stopp, du. Wo ist die Reaktion? Weil das hier auch so eine Hauptstraße ist. Und dann da wird so gut. Naja. Die Shuttle. Das ist ein bisschen überhöchste Geschwindigkeit. Na? Ja. Ja. Da war ich kein Täter. Ja, was ist der Angeber? Bewahren Sie Ruhe. Alles easy. Oh, wer ich kann. Mach du mal. hallo hallo und bleibt das wäre nett Herr Rodger Da würde ich sagen, ihr müsst auch noch lange raussteigen, wenn sie ja... Nein, ich müsste ihr Kollege oder Kollegen auch raussteigen, ja. Dann lass ihn mal hier, Walli, lass ihn mal raussteigen. Guten Tag. Herr Sunrider? Ja. Wir haben ein kleines Problem, ähm... Ihnen wird eine Anzeige wegen... Der Helikopter ist ein bisschen zu laut von Ihnen. Dann machen Sie mal Ihre Oropax rein. Bitte, was? Machen Sie mal Ihre Oropax rein. Können Sie sagen, der Helikopter ist zu laut? Zip-P-Muskel. Also, äh... Herr Sunrider, ähm... Sie haben noch eine Anzeige wegen einem versuchten Drogenhandel. Oder vermutlich einen Drogenhandel. Witz. Was? Ja, ein... Ja, einmal versuchter Drogenhandel. Wir sind vielleicht von der Firma Schnupf Schnupf durch die Nase. Das ist eine Art von... Da müssen wir ja tatsächlich aufs Kokainfeld, aber... Das haben wir eigentlich nie durchgezogen. Aber wir sind tatsächlich von der Firma Schnupf Schnupf durch die Nase. Da müssen wir zum Kokainfeld. Das Kokain wird da... Diese Kokablötter werden genommen, werden speziell verarbeitet. Und das ist dann ein gestrecktes Kokain quasi für die Kokainsüchtigen. Damit sie schneller davon runterkommen. Deswegen sind wir auch von der Firma Schnupf Schnupf durch die Nase. Aber wir haben bis jetzt eigentlich diesen Auftrag nicht mal ausgeführt. Also wir haben bis jetzt noch nie auf dem Kokafeld. Das ist ja ein komisch. Und ich bin die ganze Zeit bei dir. Ja, also in der Tat, weil bis jetzt haben wir nur Kupfer gemacht und wurden ständig ausgeraubt. Was so ziemlich Alltag ist, aber sonst ist es uns bis jetzt... Sonst haben wir noch nie irgendwas Illegales gemacht. Dass wir bis jetzt nur dabei waren, dort hinten bei den Wracks nach Gold oder so zu suchen. Okay. Und da haben wir uns die speziellen Bergungsrechte auch gesichert. Ja, wenn sie jetzt so sagen, dann ist das komisch, dass da eine Anzeige oder da ist. Dann machen wir es so, dann lassen wir die fallen. Da gibt es trotzdem eine kleine Bearbeitungsgebühr von 5.000 Dollar, die sie dann zahlen müssen leider. Ah, nochmal ins Autopunkt. Ja, dürfte ich dann den Namen wissen, damit ich wissen kann, wem ich überweisen soll? Ja, ne, ne. Sie kriegen gleich ein Ticket ausgestellt. Das fällt dann alles automatisch. Das ist halt immer so eine Bearbeitungsgebühr. Achso. Warum hast du eigentlich so einen Vogelhelm an? Bist du jetzt ein Vogel geworden? Zieh mal dein Helmchen aus, du respektloses Kindchen. Wir sprechen hier mit Männern, also zieh deinen Helm aus. Hab mal ein bisschen mehr Respekt hier. So, ähm, auch wenn sie so einer Firma angehören, ich glaube nicht, dass das recht legal sein wird, ne. Also vielleicht sollten sie sich da nochmal eine andere Richtung aussuchen, ne. Ja gut, dann gibt es auch noch eine Firma, die heißt Zugzug durch die Wehne. Ja, das ist halt ein gestärktes Heduin. Hm. Na, das wird glaube ich auch genauso schlecht. Ähm, hier haben sie ihren Ausweis auch noch zurück. Ja. Sie auch. Ne, wo ist's? Daher Wodka, sie auch noch. Will ich Ihnen einen schönen Tag, ne? Er hat meinen Ausweis noch, ihr Kollege, der hat noch meinen Ausweis. Ich nehme so. Mann, Mann, Mann. Ah, okay, vielen Dank. 120. Halt, ne? Ich bin's ja auch noch. Und dann hat der, nach dem, nach dem, nach dem, nach dem, nach dem... Wodka ist ja noch das noch. Ja auch noch ein bisschen. Alle drei drei Jahre lang kommen. Drei, na, drei Jahre lang. Bis zum nächsten Mal.